Es gibt eine Handvoll Regeln, die in allen Lebensbereichen und auch im Sales gelten und das ist die 80-20-Regel und das Pareto-Prinzip. Und in dieser Episode verrate ich dir, wie du mit der 80-20-Regel mehr Zeit für die Dinge hast, die wirklich deine Ergebnisse beeinflussen und mehr Zeit für die Dinge im Leben hast, die wirklich auch Sinn machen. Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für IT und Software Sales von Sellern für Seller. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen und deine Software- und IT-Sales Skills aufs nächste Level zu heben. Denn hier im Deal Podcast bekommst du alles, was du brauchst, um dich im Sales zurechtzufinden und erfolgreich zu sein. Lass mir dir eine Frage stellen. Wie oft hattest du schon das Gefühl, dass du im Sales mehr Zeit investiert hast, als du Erfolg zurückbekommen hast? Wie oft hast du dir die Frage gestellt, ob du deine Zeit in die richtigen Opportunities investiert? Und wie oft hast du dich frustriert gefühlt, weil du Monate in einen Deal investiert hast, der dir dann kurz vor Abschluss um die Ohren geflogen ist, durch die Lappen gegangen ist? Wir alle haben im Vertrieb nur 24 Stunden Zeit verfügbar. Zeit ist unser wertvollstes Gut. Und die Sales Reps, die am besten ihre Zeit priorisieren und auch investieren, haben nicht nur den größten Erfolg, sondern auch genug Zeit für andere Dinge des Lebens. Und darum geht es doch. Es geht nicht nur darum, zu arbeiten, zu arbeiten und zu arbeiten, sondern es geht auch darum, sich die Freiheit und die Möglichkeiten zu erarbeiten, um auch Zeit für andere Dinge des Lebens zu haben. Und wer will nicht schon mehr Output mit weniger Input haben? Klar, jeder will das. Und wenn du deine Zeit mit den Aktivitäten verbringen möchtest, die deine Ergebnisse wirklich nach vorne bringen, dann ist diese Episode genau richtig für dich. Und wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, wenn du mich und den Deal Podcast unterstützen willst, dann abonniere mich auf Spotify, Apple Podcasts oder YouTube. Hinterlass mir 5 Sternchen, eine nette Bewertung, wenn dir diese Episode natürlich auch gefällt. Oder eine Bewertung auf Apple Podcasts, das hilft mir und dem Podcast und du zeigst zu deinem Algorithmus, dass dies guter Content ist, der auch für andere Verkäufer, Vertriebe oder Menschen im Vertrieb und Sales Reps gut ist. Es gibt einige wenige naturgegebene Gesetze, welche in allen Lebensbereichen gelten. Und dazu gehört das Pareto-Prinzip. Schon mal vom Pareto-Prinzip gehört? Das Pareto-Prinzip besagt, dass 80% des Erfolgs von 20% deiner Aktivität zustande kommen. Also 80% des Outputs kommen aus 20% des Inputs. Das bedeutet, dass 80% von dem, was du tust, mit dem du dich beschäftigst und mit dem du deinen Tag verbringst, wenig bis gar keinen Einfluss auf deine Ergebnisse hat. Das heißt, du könntest eigentlich diese anderen 80% fast wegstreichen. Und im Sales ist es genauso. Die brutale Wahrheit ist, dass 80% deiner Kunden und deiner Umsätze von 20% deiner Sales-Aktivitäten und Opportunities kommen. Und in exakt diesen 20% liegt der heilige Gral und Schlüssel, um 200 oder 300% deiner Ziele zu erreichen. Und ich war schon mal im Presidents Club. Ich war schon Jahre hintereinander unter den Besten. Und ich weiß, was es bedeutet, auch diese Genugtuung zu haben, diesen Erfolg zu haben. Aber ich weiß auch, wie es ist, wenn man auf der Abschussliste steht und wenn gar nichts funktioniert. Und zu verstehen, welche deiner Aktivitäten und die Zeit, die 80% deiner Ergebnisse ausmachen, sind der Brandbeschleuniger für deinen Erfolg im Vertrieb. Ich stelle dir nochmal vor, du würdest wissen, aus welchen 20% der Dinge, die du tust, den Aktivitäten, die du täglich machst, diese 80% kommen. Wie würden sich deine Ergebnisse verändern? Wie würde sich dein Time-Management verändern? Wie viel mehr Zeit hättest du vielleicht für andere Dinge? Oder wie viel Zeit hättest du, um noch mehr Ergebnisse zu produzieren, um noch erfolgreicher im Vertrieb zu sein? Du könntest wahrscheinlich dann alle diese sinnlosen Aktivitäten, Meetings, Sales-Prozesse, Workshops, Kundenbesuche weglassen und einfach mehr Zeit haben. Doch die Wahrheit ist, dass die meisten Sales-Raps den größten Teil ihrer Zeit mit Non-Value-Generating-Tasks verbringen. Sie haben das Gefühl, dass sie hart arbeiten, weil sie beschäftigt sind, ohne sich die Frage zu stellen, ob es gut investierte Zeit ist. Hattest du schon einmal das Gefühl, dass du arbeitest, arbeitest, dass du beschäftigt bist, aber am Ende des Tages das Gefühl hast, dass du irgendwie nichts erreicht hast? Und das bedeutet, dass du in so einer Art von Hamsterrad bist. Und die meisten Vertriebler sind in diesem Hamsterrad der Nichtigkeit gefangen, im verhexten Kreis, der sie beschäftigt hält mit Aktivitäten, welche sie busy halten, aber nicht erfolgreich machen. Viele Sales-Raps und Vertriebsorganisationen, Sales-Teams, Unternehmen dümpeln daher, geben auf oder springen von Sales-Trend zu Sales-Trend. Sie sagen zum Beispiel, hey, lasst uns das neue AI-Tool ausprobieren. Oder hey, können wir nicht eine neue E-Mail-Kampagne aufsetzen und den Kunden neue Add-ons anbieten oder Up-Sales? Oder hey, was, wenn wir alle Kunden noch einmal durchtelefonieren, die das letzte Jahr kein Budget gehabt haben? Und verstehe mich nicht falsch, all das sind kreative Ideen. Die Frage ist, wie wissenschaftlich und wie datengetrieben gehst du an diese Ideen ran? Brainstormst du einfach Ideen und einfach auszuprobieren, um genau diese 80% der Zeit zu verschwenden in Dinge, die nicht funktionieren? Oder machst du eine retrospektive Analyse von dem, was du gemacht hast, um genau die 20% zu identifizieren, die wirklich deine Ergebnisse nach vorne bringen? Und verstehe mich nicht falsch, Aktivität und Ideen sind gut. Die Frage ist, ob es wie gesagt analytisch oder analysiert gemacht worden ist, wo dein Hebel ist, wo die großen ungehobenen Potenziale sind, welche Aktivitäten Kunden, Leads, Strategien genau diese 20% ausmachen, die 80% der Ergebnisse bringen. Und eigentlich ist es doch ganz einfach. Du müsstest dir doch nur Zeit dafür nehmen und eine Art von Post-Mortem machen. Eine Art von retrospektive Analyse. Eine retrospektive Analyse deines Inputs und deines Outputs. Du müsstest dir die Frage stellen, was von dem, was ich das letzte Monat oder das letzte Jahr gemacht habe, hat mich nur beschäftigt gehalten? Und was davon hat da einen Impact auf meine Ergebnisse? Und du wirst diese Frage nicht messerscharf eins zu eins beantworten können. Aber wenn du dir diese Frage stellst, wenn du diese Analyse machst, dann wirst du drauf kommen, wo die Bereiche sind, die du eher weglassen kannst und wo die Bereiche sind, die dich eher weiterbringen. Und um dir bei dieser Analyse zu helfen, habe ich hier ein paar Gedanken für dich zusammengetragen, wie du diese 20% findest. Und der erste Gedanke ist, dass 80% des Umsatzes kommen von 20% der Sales-Aktivität. Das bedeutet, wer sind deine idealen Kunden und deine idealen Unternehmen? Aus welchen Branchen kommen die meisten deiner Kunden? Sind es eher Unternehmen aus der Gesundheitsbranche, IT-Branche? Sind es Tourismusbetriebe? Sind es Retailer? Sind es Banken, Finanzinstitute? Aus welchen Branchen kommen eigentlich die meisten deiner Kunden? Und wenn du das wüsstest, dann könntest du dich doch darauf fokussieren und all in nur auf diese Kunden gehen, die tatsächlich auch kaufen, die der ideale Fit für dein Produkt sind. Wie groß sind denn die Unternehmen, welche bei dir Kunde sind? Hast du dir schon mal angesehen über das letzte Jahr, die Opportunities, die du gewonnen hast, wie groß diese Unternehmen sind, was für Spezifika sie haben, wie viele Mitarbeiter sie in der IT oder im Marketing haben? Was macht diese Unternehmen aus, die tatsächlich am häufigsten von dir kaufen? Was für Muster erkennst du bei den Unternehmen, die tatsächlich Kunde geworden sind? Der nächste Gedanke ist, was sind die erfolgreichen Sales-Kampagnen und Sales-Strategien? Welche Sales-Kampagnen haben die meisten Kunden lukriert? Welche E-Mail-Kampagnen, welche Events, die du besucht hast, welche Veranstaltungen, die du dir gemacht hast, haben tatsächlich die meisten Kunden gebracht und nicht nur Leads oder Word of Mouth? Welche Produkte und Module werden von den meisten deiner Kunden verwendet und in welcher Kombination? Und wie könntest du diese Module zusammenpacken, um ein neues Offering zu schaffen, und das du deinen Kunden dann anbieten kannst? Oder, und das ist vielleicht einer der wichtigsten, besten Tipps, die du von mir hier bekommst in dieser Episode, welche Strategien verwenden die Top-Seller an? Wenn du dir die Top-Sales-Raps in deinem Unternehmen ansiehst, wenn du dir die ansiehst, die Kollegen, die noch besser sind als du, was machen sie anders als andere? Wie strukturieren sie ihren Tag? Wie viel arbeiten sie? Wo stecken sie ihre Zeit rein? Auf welchen Kunden arbeiten sie? Welche Meetings machen sie und welche Meetings machen sie nicht? Und was kannst du dir davon abschauen? Wie kommen sie ins Büro, wenn sie ins Büro gehen, wenn du ein Büro hast, wenn du nicht nur remote arbeitest? Wie geben sie sich? Wie kommunizieren sie? Wie verhalten sie sich? Wie kannst du von ihnen kopieren, das, was wirklich funktioniert, und für dich adaptieren und anwenden? Der nächste Gedanke ist die Territory-Analyse. Aus welchen Regionen oder Territories kommen denn die meisten Kunden? Das ist so ähnlich wie die Branchenanalyse, aber eher regional bezogen. Also der Punkt, den ich hier machen möchte, ist, Success leaves clues. Erfolg hinterlässt Spuren. Und welche Spuren kannst du finden? Wie kannst du deine Zeit auf diese Aktivitäten, Kunden, Branchen fokussieren? Welche Dinge kannst du anders machen, die wirklich die erfolgreichen Sales-Raps bei dir machen? Wie kannst du deine Target-Listen zuspitzen auf die Kunden, die wirklich kaufen? Denn deine Kunden sind ja ein Schatz an Informationen. Nutze sie. Du bist sozusagen der Arzt, der dir Diagnose machen kann. Du hast ein Potpourri an verschiedenen Informationen in deinem CRM. Und wenn du die Diagnose machst, dann wirst du Hinweise darauf finden, was Erfolg und was Misserfolg ausmacht. Ein weiterer Bereich ist, dass 80% deines Umsatzes von 20% deiner Kunden kommt. Jetzt habe ich gesagt, initial 80% deiner Kunden kommen von 20% deiner Aktivitäten. Ist nicht das Gleiche? Naja, nicht ganz. Denn damit meine ich 80% deiner gewonnenen Kunden, 80% deines Umsatzes kommt von 20% von Kunden. Das heißt, was sind da jetzt, was sind die Branchen? Was sind die Länder? Was sind die Spezialisierungen dieser Unternehmen? Und fokussiere dich auf die größten Kunden, die gerade jetzt Momentum haben. Angenommen, du hast einige Kunden, wo die wachsen, die mehr und mehr von dir kaufen, die auch proaktiv Anfragen stellen. Dann investiere doch mehr Zeit, mehr Effort genau in diese Kunden, wo gerade was passiert, wo gerade investiert wird. Du möchtest dich mit den Kunden beschäftigen, wo investiert wird, wo gebaut wird, wo Innovation vorangetrieben wird, wo Momentum ist und nicht in die, die gerade stocken, die gerade Kosten reduzieren und, 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 und. Und der dritte Gedanke ist, 80% oder die 80%ige Lösung ist besser als gar keine Lösung. Die 80%ige Lösung ist besser als gar keine Lösung. Was meine ich damit? Du kennst vielleicht diese Aussagen wie, lasst uns diese Präsentation noch überarbeiten, bevor sie herausgeschickt wird. Lasst uns noch hier feinschleifen an der Kampagne, bevor wir sie auch live setzen. Lasst uns noch überlegen, was wir sagen, bevor wir diesen Kunden jetzt anrufen. Und oft ist eine 80%ige Lösung besser als gar keine Lösung. Viele machen den Fehler, dass sie im Sales Over-Engineering betreiben, also über, drüber, über, überarbeiten, ob die Dinge die Lösung zu kompliziert machen, als sie eigentlich ist. Und sie betreiben Aufwand, der sich nicht in Erfolg widerspiegelt. Und obwohl wir so wenig Kontrolle über den Sales-Prozess haben, machen wir uns Gedanken über Dinge, die gar keinen Einfluss haben werden. Zum Beispiel gibt es Leute, die sich Gedanken machen über die Schriftfarbe ihrer PowerPoint oder den Grauton vom Hintergrund der PowerPoint. Oder ob hier mehr oder mehr Kästchen oder weniger Kästchen sind oder ob sie drei Aufhänger haben für den Cold Call oder zwei Aufhänger. Einfach mal machen. Aber bei einem gewissen Zeitpunkt musst du springen. Und wie gesagt, 80% deines Erfolgs kommen von 20% dieses Inputs. Also übertreibe es nicht. Und der letzte Gedanke, den ich habe für das Pareto-Prinzip, ist im Outreach, in der Akquise, also im direkten Kontakt, im Aufbau von Pipeline, in Cold Calls, in Cold Emails. Im Sales zählt nämlich vor allem auch die Masse. Aber wenn du alles zerdenkst und dich zwei Stunden auf den perfekten Cold Call vorbereitest, dann ist es egal, wie gut ein Cold Call sein wird. Du wirst nicht genug Masse haben. Du musst einfach auch ins Tun kommen und einfach machen. Und ich sehe es immer wieder. Wir nehmen den Hörer nicht in die Hand, weil wir uns noch besser vorbereiten möchten, weil wir noch mehr recherchieren wollen und noch einmal die Webseite durchklicken möchten. Und wir verschieben das, schieben das so ein bisschen vor uns her, weil wir einfach nicht den Hörer in die Hand heben möchten. Noch einmal das LinkedIn-Profil anschauen. Und das Resultat wird nicht sein, dass du dann besser bist. Das Resultat wird sein, dass du einfach weniger Anrufe machst und deine Erfolgswahrscheinlichkeit, Termine zu bekommen, eigentlich niedriger ist. Dein Endergebnis wird immer davon abhängen, wie viel du auch rein investiert hast. Und deswegen fokussiere dich auf die 20 Prozent, die wirklich zählen. Und dazu natürlich jetzt auch ein Disclaimer zum Abschluss. Das bedeutet nicht, dass wir alle zu Effizienzbestien werden, die nur die Dinge machen, die wirklich zu Ergebnissen führen. Wir werden nie im Vorhinein zu 100 Prozent wissen, ob das, was wir tun, wirklich Sinn macht oder nicht. Wir müssen Dinge ausprobieren. Wir werden immer Dinge tun müssen, die keinen Mehrwert haben, die uns keinen Spaß machen, die zu keinen Resultaten führen. Aber meine Botschaft ist simpel. Und das ist der Gedanke, den ich zum Schluss hier hinterlassen möchte, ist, wer analysiert, kann optimieren. Wer analysiert, der kann optimieren. Wer einfach nur blind im Hamsterrad ist, strampelt sich zu Tode. Und das ist genau, was du nicht möchtest. Das ist die 80-20-Regel. Sie gilt im Sport, in Beziehungen, im Vertrieb, in allen Dimensionen des Lebens. Egal, wo du im Leben bist, egal, was du im Leben tust, du kannst der 80-20-Regel nicht entfliehen. Sie ist omnipräsent. Lerne deswegen, die 80-20-Regel in deinen Alltag zu integrieren. Und du wirst sehen, dass du mehr Zeit, Fokus und Energie für die wirklich relevanten Dinge des Lebens hast. Und wenn dir die Episode gefallen hat, wenn dir der Deal-Podcast gefällt und du mehr vom Podcast haben willst, dann schau auch vorbei im Deal-Podcast Inner Circle. Der Deal-Podcast Inner Circle ist eine exklusive WhatsApp-Gruppe für treue Deal-Podcast-Hörer, die dir einen Behind-the-Scenes oder hinter-die-Kulissen-Blick bietet, zu mir einen direkten Draht, auch zu mir, zu anderen Hörern, wo wir Umfragen machen für Content, wo ich Gäste ankündige, wo du mir Tipps oder Feedback geben kannst, wo du Mitschnitte bekommst und wo du mehr von mir und vom Podcast auch bekommst. Deswegen unten findest du den Link zur WhatsApp-Gruppe. Klick dich rein. Wir haben, glaube ich, mittlerweile 50 Mitglieder. Würde mich freuen, dich auch dort zu treffen und mit dir in den Austausch zu gehen. Ja, so viel zur 80-20-Regel, zum Pareto-Prinzip. Und es ist wirklich interessant, dass das Pareto-Prinzip wirklich in allen Bereichen ziemlich genau wirklich auch zutrifft. Deswegen überlegt dir, was sind eigentlich die 20%, die bei dir wirklich so die Needle-Mover, die Aktivitäten sind, die wirklich zu Ergebnissen führen. Mach dir Gedanken darüber, mach eine Analyse und strampel dich nicht einfach zu Tode, um dich einfach nur busy und beschäftigt zu halten, sondern mach dir einfach Gedanken, wie du deine Zeit besser investieren kannst, um wirklich Zeit auch für andere Dinge des Lebens zu haben, wie zum Beispiel am Nachmittag in der Sonne auf einer Bank zu sitzen, ohne die Leads für nächste Woche vorbereiten zu müssen. Oder so wie ich am Sonntag einen Podcast für dich aufzunehmen, aber das mache ich sehr gerne. Und wenn dir die Episode gefallen hat, dann wie gesagt, hinterlass mir ein Like, ein Abo oder fünf Ständchen auf Spotify, irgendeine Bewertung, das hilft mir, meinen Podcast weiter zu verbreiten. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe und wir sehen uns nächste Woche wieder beim Deal Podcast. Ciao.